Mein Name ist Ursula Funk, ich arbeite im Kinderschutzzentrum Westküste. Unser neuestes Projekt ist Ankerplatz. Hier helfen wir Geflüchteten, Kindern und Jugendlichen, die psychische und physische Gewalt erlebt haben, und ihren Eltern, damit sie hier gut Fuß fassen können. Wie geht es mit Ihrer Tochter? Meine Tochter ist jetzt ganz gut und sie ist besser geworden und jetzt ist kein Problem mit Beinen in der Nacht. Jetzt ist es ganz gut. Bei Kindern und Jugendlichen erlebe ich es ganz oft, dass sie mir erzählen, ich konnte mich nicht verabschieden von keiner Freundin, von keinem Freund. Ich konnte vielleicht noch nicht mal irgendein liebstes Kuscheltier mitnehmen. Mama und Papa haben mich gepackt und dann sind wir los. Für mich ist es besonders schön zu sehen, dass Kinder schon nach wenigen Stunden ihre Sorgen, ihre Ängste verlieren, wie sie spielen, wie sie lachen und wie sie mehr und mehr wieder ins Leben zurückkommen. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Romantik, Genuss und Natur erholen Sie sich zu zweit bei einer Wellnesswoche in einem der vier Travel Charm Hotels & Resorts in Österreich und im Harz. Es gewinnt eine zwölfstellige Losnur mit den Endziffern 4233739. Ein Mini Cooper Cabrio gewinnt eine zwölfstellige Losnur mit den Endziffern 8319824. Erleben Sie Städtereisen aus einer neuen Perspektive. Mit einer A-Rosa-Kreuzfahrt entdecken Sie europäische Metropolen sicher und komfortabel. Eine Reise für zwei gewinnt eine zwölfstellige Losnur mit den Endziffern 6958897. Einen Mini Cooper Clubman gewinnt eine zwölfstellige Losnur mit den Endziffern 5366719. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 5440544. Und kurz vor der Tagesschau geht es weiter.